hallo oh gott was los spiel ich habe doch 50 fps ist okay jetzt mal kurz einmal nach hause ich muss reparieren immer noch keine frische batzen ich habe die kumpels hier gut zerlegt und hier reingucken ja ich glaube da habe ich schon nur ein einzigen den würde ich dann duplizieren überlegen ob ich in irgendeiner kiste noch einen reingeschmissen habe bienen die bienen aber ich muss überlegen ne ameisenhöhle sollte irgendwo noch einer sein was ist das ich musste nur noch da das wäre erstmal das einfachste wir gucken jetzt mal oh gott die welt muss geladen werden ich weiß gar nicht was ich alles gefunden habe überhaupt nicht viel ähm falsche taste ich glaube doch viel aber noch kein frischer batzen könnte man hier duplizieren müssen wir noch ein paar missionen machen so haben wir das tierreste noch weg bringen so haben wir hier noch platz drin in reste die reste das reste oh das gute ist hier heilen wir uns langsam tierreste 2 weg 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 die kommen nach unten wieder stoffe zack 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 oh hier warst du erst noch bei das ist gut röpfe in der regeneration nahrungsumwandlung ok ähm ne ich hatte doch ne ja rinkets kommst du noch erstmal da mit rein haben wir haben wir haben wir so hier geht ja alles hier geht ja alles hier geht ja echt alle Schaden genommen ich möchte die Teuer einfach nur reparieren danke reparieren das geht noch das geht noch haben wir schon so wir haben ruhig vor sich hin matschen dann werden wir jetzt einfach mal in die Höhle unten reingehen mal gucken ob wir da was finden oh wie süß ah zu dick zu dick na komm oh 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 keine Austausch noch einer komm na komm schon doch schläge sind echt gar nicht verkehrt gut gut ihr seid verdammt viele oh da war kurz das Licht weg äh ich werde jetzt immer hier rumwatscheln ja ja hier müsste ich irgendwo rum hier müsste ich irgendwo rum oder gibt es hier mehr Etagen die werden einfach mal komplett absuchen die schlafen die schlafen im Strich brauche ich erstmal bloß ein hier zurückgegangen äh da weiß es nicht ist ja erstmal nicht schlimm wir müssen ja eh so sich einmal komplett ablaufen oh oh Glück oh oh meine Rettung meine Rettung wollen wir eigentlich noch welche ich weiß nicht gibt es hier gibt es hier Dinge die spawnen also von den Dingern gibt es hier welche die spawnen einfach nach den könnte man noch holen wissen ja die müssen wir gucken wir ja gleich mal vorbeilaufen war mal interessant um zu wissen ob die ob die nachspawn ah keine Angst vor euch ich habe gerade fast eure komplette der Population ausgeschaltet hier Kuck 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 Wann ich töten? Weg Weg Immer mehr von euch Gut, ich hab das was ich will Oh, bist du süß I am a point Ich weiß jetzt gar nicht, was das kostet Dankeschön Euch Ähm, brauchen wir einen anderen Helm Gucken wir nochmal da oben Äh, publizieren Weil ich weiß jetzt nicht, ob Die Sachen da einfach nachspawn Wir müssen zum Grill Wir müssen zum Grill Hier so in der Mitte sollte noch einer sein Und oben Hier sollte auch noch einer sein Der müsste aber unten sein Dann können wir auf Können wir ja mal gucken, ob wir Weil das duplizieren ist Wie viel hab ich überhaupt noch davon Ähm Oh, Science 300 Ich hab so das Gefühl In dem Dreckwasser wird noch was liegen Jetzt gucken wir mal, ob der da Der sichtbar irgendwo ist Soll ich den erst ausbuddeln muss Das werden wir alles rausfinden Das werden wir alles rausfinden Kurz da überlatschen Hä Hallo Boah Ich hab gar keine Heilung Hahaha Warte mal Karte Der hat aber volle Bereitseite abgekommt Gar keine Heilung mit Natürlich jetzt, äh Wierig, aber ich muss mal Lokalisieren, wo der ist Äh Wo genau drauf zu Äh 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 Uff Da ist was verbuddelt Habt ihr was gesehen? Da ist sie Da sind die Menschükel-Kaugummi-Känen Irgendwas Yay Brauch aber noch Heilung Jaja Jaja, das finden wir Nö, ich hau jetzt ab Das wird wahrscheinlich auch da verbuddelt sein Dann sind wir so langsam bereit für Infizierte Brutmutterspinne Infizierte Brutmutterspinne Für den nächsten Versuch Da hast du eine volle Konzentration angesagt Na komm her Na Ah Danke Doch glaube ich noch Jaja Okay Sooo Erstmal den Stein entlang Nehmen wir erstmal ein paar davon mit Können wir ja die Waffe erstmal voll aufrüsten Ja und da Obendrauf ist Oder ist das da drinnen? Wir werden es gleich rausfinden Wahrscheinlich wird es da drinnen rumhocken Ja es wird da drinnen sein Gucken jetzt einfach mal Ja Ja es wird in den Becher oben sein Ja Dann gehen wir da schnell hoch Das ist nicht das Problem Doch das wird ein Problem sein Weil da ein Arsch voll Ameisen rum oxidiert Jetzt weiß ich ja wo ich diese Käfer herkriege Aber ich habe keine Ahnung wie lange die Vorlaufzeit ist Drei Tage Fünf Tage Das kann ich jetzt gerade nicht beantworten Na Keine Ausdauer Ich sehe hier die Arsch voll schwarzen Ameisen Oh ganz viele Ganz viele meine Rettung Na komm Ich bin dann mal weggefliegt Jetzt wieder hoch Blö Ich bin dann mal weggefliegt Ähm Wollen wir gleich mal gucken was das so Medizin davon kostet Ich glaube keine 1000 Können wir vorstellen 100 Ich habe hier ein freier Wildbahn die Ihr macht das schon Ja 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 Ich bin gleich wieder weg Ähm Haut doch endlich ab Niemand mag euch Ich weiß gar nicht wie viel ich davon jetzt auch brauche 15 Stück insgesamt Also 15 Batzen 15 Batzen brauche ich Ich habe zwei Zwei brauche ich pro Batzen ne Und Ist nicht genug Wenn hier kein unterirdischer Gang irgendwie ist Müssten die ja noch rum oxidieren Jetzt bei den Ja Gucken wir uns das mal an Ja Zack Und dein Haben Tue ich Zwei glaube ich Ah zwei fettige Batzen Ja können wir gleich mal gucken Ich brauche mal Juwel Ich habe gar kein Juwel Soll ich den gemacht Batzen Das wäre ja hart dumm Miete Zeug Batzen Ah Ja war hart dumm Aber okay Müssten wir jetzt irgendwie mit leben Nächste Entwicklungsstufe Kann man euch nicht verwursten? Was brauche ich für Pfeile? Ich finde die Sprengpfeile viel geiler Als wenn die jetzt Bombe hätte Sprengpfeile Wofür könnte ich jetzt diese Ameisen Eier verwenden? Ja Was könnte ich mit diesen Ameisen Eier noch machen? Guck doch hier das Ameisen Omblett Dann mache ich mir noch ein Ameisen Omblett Boah Bevor sie hier weg gehen Ameisen Schwaches Ameisen Ei Ok Rotes Kavumms Ok Na dann Das Problem ist nachher brüte ich die aus Gut äh Minzjuwel Zwei Zwei So und wir werden gleich los Ähm Das kommt Ne Das kommt nicht hier rein Das kommt wenn denn hier rein Ähm Ich hole noch was im Kühlschrank Was haben wir denn hier drin? Wo ist Futter? Ich höre doch schon wieder was Oh sorry äh Der Drang Mariengeber zu töten Ist groß Komm her mein Freund Danke Vielen vielen Dank Vielen vielen Dank Gucken wir gleich mal was das Duplizieren kostet So ich war jetzt hier oben beim Zeug einsammeln Äh einräumen Das kommt Das kommen wir jetzt bei Schmiedestoffe rein Nein Nein Wir müssen es ja mitnehmen Hahaha Da hin So Einmal schlafen Sind wir ja relativ pünktlich ne Bin ich sehr sehr gut 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 Mhhh Das können wir hier auf jeden Hier pumpen Ähm Ja Ja So Können wir jetzt einmal schon auf Frische gehen Jetzt brauchen wir noch sieben Jetzt sind wir mit dem Ding noch schneller Das ist gut Da 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 Gucken wir uns natürlich da rein Das habe ich noch nicht da drin Butterkeule habe ich Brauche ich hier eine Axt Axt habe ich bei Tools mit drin So Äh Ein Schluck trinken und dann werden wir mal kurz zum Äh Äh Heilung Ne 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 Lass dir niemals sein Acker ohne eine Flasche Heilung Ja mal gucken ob die Radnetzspinnen Rache wollen Ja Ja Hier irgendwo oxidiert noch ne Uhr rum Zack 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 So Mr. Superduper Ja Die wird wahrscheinlich ein Ameisenbau sein Mal gucken was du kostest an zu blizieren Mr. Superduper Mal gucken was du kostest an zu blizieren Geilig um die hundert Ja Er ist ein exponential time Stimmt ich habe ja noch Oh 100 Oh Gott Okay 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 Ähm Drei Boah aber bei mir ist es vier Super Highlight Super Highlight Hast du nicht eine Rohstoffsucher noch irgendwo Hm Ja Dieße ist weg ist weg Sandgast gibt es noch so viel ne Aber wir gucken es jetzt mal hier oben an Also will ich einiges brauchen Da liegt noch irgendwo einer rum Gut Dann werden wir uns auf den Weg machen Wenn wir erstmal nach Hause Wenn das Hetzchen in Sicherheit bringen Jetzt Ui Ich grad erschrocken Naja tschüss Hab grad keine Zeit für dich Bin auf einer Mission Was ist denn Wo ist denn Mioh Ah ständig im Kampf tschüss und oh Gott die andere schon wieder bösartiges weg hier ollen piepsigen Dinger wo er nachher wieder wo er mir nachher wieder in die Ohren liegt so viel brauche ich gar nicht mehr schmiede Zeug jetzt hier oben rein ja die wertvollen Sachen Milzauswüchse wo habe ich die Marienkäferreste na dann Abflug dann suchen wir jetzt noch Busche Batzen aber einen muss ich aufheben einen muss ich aufheben ich muss noch und da komme ich gut runter und da komme ich doch gut runter aber das machen wir in der nächsten Folge bis denn ciao ciao Vielen Dank.